Musik Diesen Saal haben wir für zwei Tage gemietet. Für eine Session mit Musikern, die ich kenne. Wir spielen das erste Mal zusammen. Wir möchten gerne in Sachen Blues, Roots, Country-Folk versuchen, Fuss zu fassen. Einfach mit handgemachter Musik. Musiker sind der Dojé oder der Rogo von Olten, der Viseike-Siegelung, Orlando de Monde. Hier von Fruttigal, der Kollege. Und dann Regno. Das ist eben das Spezielle, wir spielen das erste Mal alle zusammen. Das ist auch das Schöne, das ist auch das Kribbelige. Wir kennen uns aber auch nicht wirklich. Die Songs sind vorbereitet. Heute sind wir aufgestellt. Riesen Equipment. Wir haben Sound-Jack gemacht. Und die ersten Testaufnahmen. Musiker. 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 Musik 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 Musik